ja moin moin oder ganz herzlich zurück willkommen auf dem kanal und ja es ist schon wieder so weit das chriskind steht vor der tür wenn man an derlei dinge glaubt und ja ich kann nur sagen ich bin dieses jahr super glücklich mit dem chriskind dazu aber im anderen video mehr und ich wollte einfach mal auf diesem wege kurz persönlichen paar weihnachtsgrüße für euch da lassen ich hoffe ihr könnt trotz der komischen corona zeit ein bisschen freude noch an den freien tagen haben und am hobby und sitzt jetzt schön zusammen mit der engsten familie und pinselt ein bisschen oder spielt was schönes und ja in diesem sinne natürlich auch von benjamin und von meiner frau ohne weitere umschweife wünsche ich euch schöne feiertage ruhige feiertage ein bisschen zeit fürs hobby und auch dass es nächstes jahr ein bisschen besser wird ja ich würde sagen das war es auch schon was ich sagen wollte ich werde noch ein zwei lustige unboxings in nächster zeit raushauen die habe ich jetzt so weit alle endlich mal auf dem rechner ich sage nur mega bundles und so da gucken wir uns alles mal ein bisschen genauer an und dann habe ich noch ein etwas längeres video in planung das ja da freue ich mich persönlich ganz besonders drauf und ja damit werde ich auch heute gleich anfangen okay liebe leute ich würde sagen schöne feiertage haut herein bleibt anständig wir sehen uns vielleicht im nächsten jahr vielleicht auch früher bis dahin macht's gut ciao ciao